Wenn wir jetzt eine Runde anfangen würden, wette ich mich, die würde so kommen. Ja, lass uns doch mal einfach mal so spaßig halber mal irgendwas starten hier. Ja, wir können ja dann rausgehen, wenn sie da ist. Genau, einfach mal gucken, was hier überhaupt passiert. Ich weiß ja gar nicht, wie das hier funktioniert. Also kaufen kann ich eh nichts. Nee, ich auch nicht. Musst nur bereit klicken. Musst nur sagen, du bist bereit. Okay. Der Nackte rennt. So, ich muss das Ding hier nochmal. Minimieren. Miniminiminimi. Miniminiminimi. Der Nackte rennt. Ja. Na komm mal her, hier. Traust du dich nicht, oder? Also du musst da an dem Brett, wo ich bin, auf bereit klicken. Aber ich kann sogar durch ihn durchlaufen. Mhm. Ah. Mhm. Leg mir jetzt erstmal meinen Tofu für morgen ein. Ja, den muss man definitiv einlegen, ja. Bei Tofu kommt es ja darauf an, wie man es würzt und brät. Ja, wer weiß. Vielleicht ist hier ein Kopf wie unser Geist. Schwupp. Mhm. Schwupp. Mhm. Ja, willst du jetzt bereit machen, oder nicht? Ach, ich muss jetzt mal die Tafel anklicken. Eieieieiei. Jetzt hab ich bereit gemacht. Wie bei Fassmo quasi. Ja, ich hab Fassmo, glaub ich, auch nur einmal gespielt. Warte, ich muss eine Karte noch auswählen. Es gibt eine Karte, ja, und die muss ich vorher noch auswählen, ey. So was dumm ist. So. Ah, jetzt passiert was. Sehr schön. Geh auf bereit. Ja, ja, haben wir ja schon, haben wir schon. Genau, los, die genau so. Okay, das Bild zittert. Es zittert hier, es wackelt. So. Jetzt haben wir hier jede eine Taschenlampe. Äh, wie nehme ich die? So. Auf E. Ich hab, ich hab keine Taschenlampe. Das ist irgendwas anderes. Das ist, das ist die Geisterbox. Okay. Was hab ich jetzt genommen? Das, damit kannst du die Geister mehr anlocken. Will ich nicht. Wie lege ich das wieder ab? Auf G. Ah, auf G. Mika schreibt, hey, sorry, versuche in fünf Minuten wieder da zu sein. Mika, alles gut. Hö. Ja, auch kein Stress, ne. Ich bin ja auch pünktlich gewesen. Ho, ho. Taschenlampe hängt da an der Wand. Da unten, dieses Rohr quasi. Interaktion mit den Werkzeugen. Linker Maus. Linke Maus, okay, haben wir. Sehr schön. Du kannst ja das EMF mal nehmen hier, mit der Kakerlake drauf. Da steht denn, wenn da eine 5 steht, dann ist halt EMF 5. Also, wenn da eine 5 steht, F5. Nee, dann ist es, nee, dann ist es das EMF 5. Dann ist es das 5, du, dann ist es ein Beweis, wenn da eine 5 steht. Wie bei Fasmo das EMF-Gerät. Aber gut, ist ja bei dir schon ein bisschen länger her, ne? Ja. Oh, jetzt, wir haben hier auch eine Staffel stehen, nämlich die da auch machen. Die Staffel ist wie das Buch, die stellt man hin und wenn der Geist da reinschreibt oder draufmalt, dann ist das auch ein Beweis. So, die Taschenlampe hängt hier. Die ist auf jeden Fall wichtig. Das da ist UV. Also, ich kann ja mal nur einen Gegenstand mitnehmen, ne? Nee, nee, mehrere. Du kannst drei Stück nehmen. Ach so, okay. Also, kannst du die drei, die da stehen... Genau. Die Taschenlampe kann ich, die kann ich nicht nehmen, ne? Da komme ich nicht bei. Kommst du dich auf E? Nee, warte mal. Ah, doch, ich kann nur zwei mitnehmen, zwei Gegenstände. Oder habe ich schon drei? Warte mal, eins. Ah, ich habe schon drei. Ja, jetzt hast du schon drei, ja. Dann würde ich lieber das eben... Genau. So, jetzt mal gucken hier. Er antwortet dir nur, wenn du alleine bist. Okay. Ach, und hier steht, was wir machen müssen, oder was? Ja, genau. Erstmal so das Normale, ne? Und dann hast du noch optionale Ziele später und dann noch das Ritual, was du machen kannst. Er antwortet dir nur, wenn du alleine bist. Was ist das hier? Kameraquelle ändern. Was haben wir hier? Kopfhantum, Onkel Scholli. Ja gut, dann lass es mal los, oder? Du gehst vor, ja? Oh, das ist quasi meine Streamer-Bude hier, ne? Warte mal, ich muss mal eben kurz das hier mal im OBS umschalten. Man hört dich gar nicht bei mir im Stream. Das ist eher schlecht. Die denken alle hier, ich rede mit mir selber. Er fragt, hört er dich? Ja, jetzt hörst du ihn auch, so. Hallöchen. Hallöchen, Puppöchen. Ja, das ist wie gesagt meine Streamer-Bude hier. Aufgeräumt extra. Viel Besuch. Ja, extra viel Beleuchtung, würde ich sagen. Mhm. Oh, ich hab schon die Voodoo-Puppe gefunden. Sehr schön. Ein nackter Dude. Ja. Ja, das hier ist die Voodoo-Puppe, damit kannst du halt ein Geist triggern, ne? Guck mal, hier ist ein alter Röhren-Fernsehen. Geil, ne? Guck mal hinten drauf, die Marke. Warte mal, ich guck mal. Klar, Moment. Funfreaks. Was ist das? Was ist das für eine Marke? Ich kann gar nicht... Kit 8? Kitachi. Ach, Kitachi. Nicht Kitachi. Kitachi. Ist das mal wirklich oder was? Kitachi gab's mal? Kitachi kenn ich aber... Kitachi kenn ich nicht. Ja, das ist bestimmt so ein Lizenz-Ding. Ja, ja. Hallo Funfreaks, grüß dich. Hab so Bock auf gegrillten Zick-Käse mit Förs... Försig. Ah, ich geh mal einfach mal hier rein, mal gucken, was hier so los ist. Oh, ne, hier geht's im Keller. Tschüss. Geh vor, wenn du willst. Försig, schon ganz geil. Komm, wir gehen einfach mal da rein und mal gucken. Ist das jetzt schon... Das spielt jetzt regulär hier? Also, können wir jetzt echt schon ein Geist erscheinen oder was? Mhm. Na toll. Ach du Scheiße. Hier ist ein Spind. Okay, noch. Ist alles sehr ruhig. Ich stell mal die Leinwand in der... Na, erstmal gucken, wo der sich aufhält. Oh, was war das denn, Alter? Loll. Hat er sich erschrocken? Was war das? Oh, jetzt bin ich wach, Mann. Ah, hast du gar keine Facecam? Ach so, warte. Jetzt habe ich eine Facecam. So. Horror ohne Facecam geht nicht. Was hat denn hier so geknallt? Tja. Der mag der dich wohl nicht. Das kann nur ein Geist gewesen sein. Puh, was für eine Marke. Was ist das denn? Ein Spinnenrad? Werkstatt öffnen hier. Was ist denn rechts für ein Bild von der Hand mit der Maus? Das ist ja hier. Die zuckt auch, wenn ich mich erschrecke. Die zuckt auch? Was ist das für eine Hand, hä? Das ist das eiskalte Händchen. Kennst du das nicht? Nee. Doch, guck mal. Iiiiih. Die alten Griffeln. Hier liegen Körperteile. Ja, die habe ich... Das ist vom OBS verdreht. Nein, das stimmt nicht. Er lügt. Auch das stimmt. Ich halte die Maus ganz normal. Immer wieder das gleiche Thema. Hallo Timeless. Es geht auch dazu, dass du komisch bist. Ich sehe gerade über Gärtners Kopf ganz viele Fragezeichen. So ein blödsinn, Schreiber. Nee, da musst du schon gehen. Hier im Keller ist schon mal nix, was? Musst du mal da hinten hingehen? Da geradeaus. Eiei, 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 Vaneta haut wieder einen raus. 100 Biddys, dankeschön. Geh mal geradeaus und nach rechts, wenn du heiraten. Bist du verheiratet? Nee, ne? Nein, ja, also nicht. Ja, nein. Loll, Mann, was war das denn, ey? Hallo? 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 Oh, Alter, was ist das für ein Spiel, Mann? Ich bin wieder da. Ach, guck. Ach, das ist Mika Pika. Ich dachte, das wäre eine Stimme im Spiel. Es tut mir so leid. Jetzt musst du aber mal in deinen Stream hochscrollen. Oh, Leute. Oh, Leute, es tut mir so leid. Was ist, wieso, was ist denn passiert? Ja, ich war voll lange weg. Sorry, Leute. Oh, alles gut. Ich werde es tun? Was? Also, ich habe jetzt hier gerade einen Geist gesehen, Leute. Ich weiß nicht, ob ich da richtig war. Ich bin jetzt gerade mein Onkel Charlie hier oben. Nochmal 200 Biddys. Dankeschön. Mika, du musst erst mal deine Kommentare durchgehen. Durchgehen alle. Ja, ja, warte mal, ich gehe kurz durch. So, Licht schon mal an. Nee, das war aus. Das ist nie passiert, Leute. Oh, die Birne ist durchgeballert. So weit kann ich gar nicht mehr hochscrollen. Da wird gar nicht alles angezeigt bei mir. Ey, Caro, ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen Tag auf das Spiel schauen, war. Außer ganz viele tausend Herzen. Aber ich hatte mich vorhin ein bisschen hingeknallt. Hätsel, 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 Hätsel. Hätsel, 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 Hätsel. Oh, da liest du jetzt alles vor? Einer in der Party, Hadoo. Schau bitte, dass du dein Mic im Spiel anhast. Oh, komm, Phantom, du bist ja doof. Ach du, Scheiße, was mache ich denn da? Das stimmt auch. Dankeschön, Phantom, für deine verscheidenden Abos auf Stufe 1. 20, du bist ja voll verkloppt, bist du hier. Mit dem Kakerlankenteil. Ja, unglaublich. Warte mal, ich muss mal eben... Was sollst du da nicht machen? Ingenmikrofon, ach Audio, warte mal. Bitte alles vorlesen, alles vorlesen. Du musst jetzt jedes Video vorlesen, Herz, Herz, Herz. Ja, Hokage, das hatte ich... Mikrofon testen. Ja, der Scholli war gerade im Echo und ich hatte sein Stream noch an. Ich glaube, Scholli spielt auch gerade ganz alleine. Oder das Stream auf, genau. Also ich habe hier ganz viele Herzchen, ich habe hier ganz viele Hypes und so. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich bin hier in so einem Keller gelaufen, da hinten leuchtet irgendwas. Ah, da. Oh, sch... Ach du bist... Oh, schitzachter. Nackter, nackter Geist. Hier, geh mal da rein. Ja, geh du schön vor, Junge. Geh da mal ruhig rein. Leute, danke schön, danke schön. Ja, das kleine Monster, äh, eigentlich sollte das schlafen, aber irgendwie ist er wach geworden und war gerade nur am Jammern, ich glaube, der Zahn schon wieder. Was ist hier? Ich sehe hier nur so ein Kleid, hey. Oh, alter Schwede, ey. So, aber ich bin wieder da. Ich lasse euch erstmal auf die Spiele. Du musst das mal leiser stellen, weil das Spiel ist ja Wahnsinn, ey. Warte mal. Oh, ich muss das mal an den Haaren wieder richten, ey. Ach, Leute, ey. Ich glaube, 50% sollten reichen, wa? Ja. Ich hab voll hochgedreht. Alter Schwede, ey. Ja, komm, ich mach's auch wieder laut, ey. Das ist ja... Aber der Papa ist es beim Kind, aber das heißt immer nichts. Wenn der Kleiner halt lieber zur Mami im Moment will, ist das schwierig. Warte mal kurz. Irgendwas, warte mal, irgendwas passiert. Ich hab hier eine 5 stehen, Leute. Oh, das ist EMF 5. Oh, dann ist der hier in der Dings. Was? Dann gehst du auf J. J? Auf Beweise und dann gehst du auf EMF 5. Jetzt die ganzen Sachen. Kopfi? Ja. Okay. Äh, spielt der jetzt erst eine erste Minute oder habt ihr schon eine gemacht? Nee, das ist die erste. So, wir dachten, komm, wir machen mal und dann kamst du. Ja, ja, ja. Ich wollte, ich wollte die, ich wollte die ja schreiben mit, es dauert noch ein bisschen, weil der ist halt komplett wach geworden und hat gerade nur gemeckert und geweint. Oh Mann, ey. Ja. Nee, das ist runtergefallen tatsächlich. Aber so ist das manchmal, Leute. Wir haben ein wenig Liebe dagelassen. Ein wenig ist aber gut, Timmy. Ich hab viel zu viel Liebe dagelassen. Ich dachte schon, wenn ich zurückkomme, ist keiner mehr da. Ja, natürlich hab ich jetzt echt gerechnet und da hätt ich auch niemanden krumm genommen. Jetzt muss ich quasi einfach woanders hinlaufen, um den nächsten Beweis zu kriegen oder was? Nee, wir müssen jetzt hier weitersuchen. Ich habe, was hab ich jetzt noch hier? Ich hab jetzt die, ich mach mal das Licht aus. Aber Rotlicht, nackig und Rotlicht. Ja. Ja, na, du. Und dann such ich jetzt hier nach Fingerabdrücken. Was macht das Ding, was ich jetzt in der Hand hab? Das sieht aus wie so ein Walkie-Talkie. Ach so, warte mal. Ich geh hier mal raus und den kannst du fragen, ob er da ist. Und wenn das blau leuchtet, dann ist es richtig. Den hat er geantwortet. Moment. WhatsApp trinkt. Klar, Moment. Oh, oh. Raupenproblem. Alle haben Raupenprobleme heute. Ich hab ein Problem mit Raupen. Sie sind im ganzen Haus? Schatz, so hast du nebenbei schon Panik immer. WhatsApp trinkt, hör mal. Raupenprobleme? Hat mein Schwiegerpapa Raupenprobleme heute. Der ganze Apfelbaum ist voll. Ach, meine Kinder haben sich in Decken eingewickelt. Ach so. Und spielen Raupe. Und das hat mir meine Frau jetzt als Foto geschickt. Und Raupenproblem. Das ist ja süß. Ah, warte mal kurz. Warte mal, sorry, Kopfi. Was war noch mal? Ich muss jetzt was machen? Also du musst jetzt fragen, ob er da ist. Bist du hier? Wie mach ich denn das? Ja, einfach nur fragen. Bist du hier? Hallo? Oh, ich hab die nicht zugemacht. Ich hab die nicht zugemacht. Du hast die ja zugemacht. Nein, ich weiß das wirklich nicht. Wie ich eine Raupenplacke im Haus? Hier liegt ein Buch vor der Tür. Ich krieg die Tür nicht auf. Das Spiel ist ja... Ich bin gleich tot oder sowas. Nee, irgendwas ist hier passiert. Ja, du bist tot. Nee. Hat das blau geleuchtet, wo du gefragt hast? Nee, hier ist irgendwas vor mir erschienen. Ich hab das nicht genau erkannt. Töööö. Was mach ich jetzt? Warte, frag nochmal. Und dann musst du immer drauf achten, ob das blau wird oben. Herzchen, Herzchen. Ganz viel Liebe. Bist du hier? Hallo? Oh, ich hab sogar Leute, ich hab das... Ach so, warte. Oh, ich hab schon 89 Follower. Ey, geil. Schein will er nicht. Aber hier ist ein Handabdruck, hier an der Tür. Gucke. Hi, mein Schatz. Hier, Scholli, guck mal an der Tür. Ja, warte mal. Welche Tür? Da. Da ist ein dicker Handabdruck. Das ist nichts für kleine Kinder, Schatz. Nö. Ein Gruselspiel. Also können wir auch eintragen. Fingerabdruck können wir auch einhaken. Warte, wie war das nochmal mit J, ne? Warum machst du die Tür zu? Ich hab die nicht zugemacht, oder? Was ist denn hier? Fingerabdruck. Zurück. So. Alles... Ja, warte mal kurz. Ja? Schön, haben wir das auch. Gut. Ja, hab ich gesehen, mein Schatz. Dann die auch weg. So, jetzt nehm ich das nächste Teil. Versuch mal lauter zu sprechen. So. Warte, dann geh ich da nochmal rein. Warte mal. Ich mach mal nochmal den Stall hier zu. Ja. So. Hallo, bist du hier? Hallo, bist du da? Ich komm jetzt an. Ja, ich hab ne Stimme gehört, Leute. Ist das blau geworden bei dir? Aber ich glaube, dann hat's drauf reagiert. Dann ist das ein Beweis, glaube ich. Ich hab irgendwas gehört. Das war Englisch. Ja, nee, die Geisterbox kann es nicht sein. Wenn es die Geisterbox wäre, dann wäre es kein Geist. Bist du hier? Hallo? Hallo? Also die fällt quasi raus. Habt ihr den Geist gleich ermittelt? Ich denke mal. Gut. Weil, wenn man die streicht, dann kommt kein Monster in Frage. Ach, ihr müsst jetzt quasi diese ganze Reihe hier voll machen, oder was? Staffel, Leinwand, Gemälde? Nö, also wir müssen zumindest mit allen Armer gucken und was dann richtig ist, müssen wir anhaken, wenn er darauf reagiert hat. Okay. Warte mal, ich kann es ja auch vielleicht ausschließen. Das wäre das. Okay, Gefriertemperatur können wir nicht gucken. Das wäre der. Okay, es würden alle Sachen, müsste man noch testen, außer die Geisterbox, die fällt raus, weil die könnte es dann keiner von denen sein. Das sieht auch geil aus, das Bild hier. So, dann komm ich mal. Ich bin nicht so blöd, weil ich nicht war. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt gucken, wir haben ja keine Gefriertemperatur und wenn Gefriertemperatur ist, können wir das nicht ermitteln. Hier sind irgendwelche Namen, was ist das denn? Sind das die Geister, die jetzt schon gesehen haben? Hier ist gerade einer einmal für Beuge rannt. Ich drück mal weg. Komm jetzt mal zu dir, Kopf. Genau, ich komm jetzt auch mal rüber. Ich hab noch mal was geholt hier. Ich hab eine Stimme, ich höre hier was. Ja, es kann sein, dass ich ihn... Da vor mir direkt war... Hier ist was. Ich bin... Tot? Ich bin irgendwie jetzt... Ich bin, glaube ich, tot. Okay, gut. Nee, jetzt bin ich wieder da, aber woanders. Aber alles ist weiß bei dir bestimmt jetzt, ne? Ja, bist du tot. Ja. Ja, das ist, wenn man tot ist. Shit. Du kannst jetzt auch durch Türen durchgehen. Ja, du liegst hier auch. Oh, sehr gut liegst du hier. Oh, 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 oh. Da ist was an dir vorbeigelaufen, hab ich gesehen. Guck mal. Du bist gleich am Arsch, Junge. Oh, 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 oh. Die soll doch mal ganz kurz warten. Ja, ich glaube, die hat sich in dich verliebt, Junge. Die war aber alt, die kann doch bestimmt keine Treppen gehen. Okay, ich bin auch tot. Ihr seid tot? Ja. Ja, jetzt spielen wir regulär. Oh, das sah ja krass aus. Okay, das war aber schon mal gar nicht so schlecht. Da haben wir ein bisschen mehr gefunden als davor in der Runde. Das ist schon ein bisschen eklig, ne? Das sieht wirklich geil aus, wenn man zusieht, wenn Anna stirbt. Ja, das sieht geil aus. So, Michael, jetzt schicke ich dir nochmal eine neue Dings. Ja. Neues Bums. Das ist ein Ausschlussverfahren. Je nachdem, welche Beweise ihr findet, werdet ihr die Geister links... Genau, dann musst du den anklicken und dann gibst du an, was du denkst, welcher es ist. Ich krieg das schon irgendwie auf die Kette. Es geht das hier wieder nicht, weil ich jeder... So, jetzt hab ich dir eine geschickt. Aber jetzt gibt's mehrere Maps auch oder nur dieses Haus? Ja, so, nur das. Ach, und wenn wir das geschafft haben, kriegen wir Geld. Genau. Aber wenn wir es geschafft haben, müssen wir weiter diese Map oder dieses Haus machen. So lange, bis wir auf Level 3 sind. Oder einer von uns, glaube ich, zumindest. Ist das Passwort geblieben? Ne, hab ich dir geschickt, neues. Das Passwort, weiß ich nicht, was ihr da gemacht habt. Warte mal, das... Okay, Leute, ich packe euch mal kurz, kurz in den Übergang gegen den Passwort. Einen Moment. Wenn ihr den richtigen Geist identifiziert, gibt's mehr Kohle. Ah, okay, also dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Du kriegst auch so geht, aber wenn du natürlich stirbst, kriegst du gar nichts. Wenn du den richtigen ausfällst, kriegst du natürlich mehr. Scholli, ja, ich bin da. Hallo. Wo bin ich denn reingespawnt? Guck mal, warte mal. Aber Lule. So, wartet mal. So, da bin ich wieder mit dem Spiel. Komm schon, wo hast du denn die 53.000 Goldstücke weg, Junge? Bist du immer noch nackig. Verliert sogar. Lule. So, da bin ich wieder nackig. Scholli, du siehst doch richtig jung aus. Was? Das war auch in einem Spiel. Das kommt daher, weil ich jung bin. Ich bin eine ewige 28-Jährige. Eine junge Seele in einem älteren Körper. Bitte, Vanita. Bitte schön. Das hab ich vorbereitet schon. Ach, du rennst normalerweise standardgemäß auch hier nackig rum, oder was? Rein theoretisch rennst du hier allgemein ja als Charakter nackig rum am Anfang. Ja, aber sie hatte keinen Bock auf Sandwich. Ja, ich hab heute schon eins gehabt. Jam, 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 jam. Alter Schwede. Du hast jetzt so viele Goldstücke weg, Mann. Hast du offline gespielt? Ich will auch eine Zigarette. Nein, lass, du kriegst keine. Ich muss gerade noch mal kurz was aktualisieren. Zack.